Moin moin, herzlich willkommen, Sina Berger! Jetzt geht's los! Ja, ein Video aus der Reihe DFDT, die Frage des Tages. Muss das sein? Wirklich? Ich meine, hallo. Der Mike ist übrigens schuld, Mike wie? Mike-Wie auf Twitter hat einen Artikel gepostet, der Hamburger Morgenpost war es, glaube ich, also mopo.de. Die Titel. Porno-Sternchen. Morgens drückt sie die Schulbank, abends steht da ein Porno auf dem Programm. Ihr Freund findet das angeblich voll toll und er hat sie angeblich dazu bewegt mit folgenden Worten. Du hast eine tolle Ausstellung. Bewirb dich doch mal. Kurz über Sina Berger. Wer ist das überhaupt? Geboren am 01.07.93 in Hagen. 1,60 Meter groß, 51 Kilogramm schwer oder leicht. Käppchengröße 75C Blond, blaue Augen, Schuhgröße 37 bis 38 Acht Piercings, zwei Tattoos und ihr Motto Alles kann, nichts muss. Die Frage an euch da draußen, muss das denn wirklich sein? Und glaubt ihr diese Story, dass eine 19-jährige Abiturientin, die gerade dabei ist, ihr Abi zu machen, frei heraus sagt, Hey, Freunde, Mitschüler, Lehrer, Mama, ich mach Pornos und das ist voll geil. Gut, sie hat einen Vertrag bei einer etablierten Firma in dem Business, hab ich gelesen. Videorama oder so soll die heißen, wer, was auch immer, kenn ich nicht, ist mir auch egal. Also A, glaub ich nicht, dass ihr Freund das super toll findet, bezweifle ich doch mal. Aber nun gut, es soll ja jemanden geben, der schon hat Pferde kotzen sehen, von daher, hm, auch das ist natürlich möglich. Aber wie würdet ihr reagieren, wenn eure Mitschülerin sagt, Hey, Freunde der Sonne, ich dreh Pornos, ist das nicht cool? Ich glaube, das kommt weniger gut an. Ihre Mutter war angeblich zuerst schockiert, kommt jetzt aber mittlerweile damit klar, hm, auch das möchte ich doch dezent bezweifeln. Aber auch das könnte natürlich möglich sein. Ich würde jetzt einfach gern eure Meinung zu dem Thema wissen. Wissen ist denn mit 19 Jahren Pornos drehen so super cool oder nicht? Und sollte man damit an die Öffentlichkeit gehen in Sachen, man erzählt seinen Eltern, seinen Freunden und den Schülern und den Lehrern am besten auch noch? Ja. Das ist ja quasi Outing vom Feinsten. Bewegt sich natürlich dann in Niemandsland, möchte ich das mal nennen. Ja. Schreibt mir einfach eure Meinung in die Kommentare. Kennt ihr Sinaberger überhaupt? Und wenn ja, warum nicht? Und warum kennt ihr sie, wenn ihr sie denn kennt? Habt ihr schon Filmchen mit ihr gesehen? Hm? 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 Seid ihr bösen? Ja, wer weiß. Ich hab's nicht getan, aber das macht nichts. Ist auch gut so, denke ich mal. Wir sehen uns bei der nächsten Frage des Tages mit Sicherheit wieder. Und ansonsten schaut euch die vergangenen Folgen aus der Serie in die Frage des Tages an in der Playlist. Irgendwo hier. So eine Annotation. Ihr könnt gerne mal auf meine Kanalseite gehen. Bam. Jetzt. Denn auch diese habe ich ein bisschen geupdatet. Playlists angelegt. Für diverses. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für den Daumen rauf. Vielen Dank fürs Kommentieren. Und vielen Dank fürs Abo. Bis dahin und bis neulich. Tschüssing. Euer Sting. Ihr wisst, was das hat. Es ist 18 Uhr. Es ist 18 Uhr, ja. Vielen herzlichen Dank, Steffi. Olle Schlampe. Olle Schlampe.